Hallo Freunde! Herzlich Willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. Wir haben im letzten Part einen Kampf gehabt auf dem Ölfeld hier mit den Indianern gegen die Armee. Und jetzt haben wir eine Staatsanleihe, die wohl einiges wert sein sollte. Und jetzt sollten wir hier verschwinden. Oh oh. Oh oh. Ich glaube, wie wir erstmal rauslaufen, ohne alles zu feuern. Wer war das? Wer zum Henker war das? Ach so wie Cornwall. Wir haben einen! Wir haben einen! Wir haben einen! Der? Ich brauche Hilfe? Danke, Dutch. Dutch hat uns verraten. Ich hab's mir schon irgendwie gedacht. Und es ist... Sieht aus wie Cornwall. Was? Du, du schade Fuhl! Komm! Du hast mir mehr als einmal geschaut. Ich hab's mir vorgebracht. Ich hab's mir nicht auf's Spiel gesetzt. Dann wären wir gar nicht hier. Komm! Wir müssen gehen. Du. Du gehst weg. Oh, ich hab's mir nicht gemacht. Ich hab's mir gemacht. Du bist ein Fuhl. Ich hab's mir gemacht. Wir sind hier. Wir haben es geschafft, Herr Präsident. Aber wir haben ein paar Geld. Und mit dem Fahrzeug? Aber wir haben ein ganzes Geld. Aber wir haben ein ganzes Geld. Komm schon. Alles kommt zusammen. Das habe ich gesehen. Genau wie ich hatte. Na, nicht ganz. Nicht ganz. Du wolltest es wieder drauf gehen. Hätten wir... Danke. Okay. Wapiti ist aber ein ordentlicher Rit von mir. Du hast nichts für dich. Du hast nichts für dich. Du kennst. Du kennst. Du kennst. Ich denke, mein Gefühl ist, er hat dich benutzt. Er hat nicht versucht, jemanden zu helfen, aber sich selbst und seine eigenen Prinzipien. Wir sind Menschen. Niemand hat uns gemacht. Vielleicht. Ich spreche von meinen Leuten, so viel wie von dir. Wir sehen uns, er hat sich verrückt. Ja, dann geh zurück und bring dich um, du Idiot. Ja. Danke. Ja, dann schau dich. Das sind wir noch nicht aus. Du hast einen Grund umgenehmen, wie wir ihn nicht überrascht sind. Wir helfen nicht. Das sind die Pläne, das ist jetzt schon nach ein paar Zeit. Das ist die Zeit gekommen, der wir die Pläne, Arthur. Wir wählen, wo wir von heute gehen. Ichộere, dass in der Zeit, der Judte hat einfach so gemacht. Ja. Ihr Freund hier? Mein Freund? Er ist ein braver Mann. Fearless. Sie hat es immer. Das wird nicht in Bane sein. Wir werden versuchen, mehr Menschen aus dem Norden. Wherever wir können. Viele sind bereit, zu kämpfen. Nein. Das ist vorbei. Für alle von uns. Peter! Ja. Es ist okay, Bruder. Schau deinen Wundern. Wir sind nicht zu weit. Schau, als der Egel fliegt. Yashach. Es ist der Chefs Sohn. Ich glaube, er ist schockiert. Oh nein. Er ist verletzt. Ich hoffe, dass er Medizin hat. Wenn es schnell geht, macht es nichts. Da ist man dann mal irgendwie verarztet. Man ist mal irgendwie Basics. Die Kugel gehört raus. Das gehört gescheit verarztet. Ich habe einen Tr escape. Ein bis zum Kopf zu machen. Es zeigt sich eine Routine. Oh nein. Das ist ein Verschlekt. Ich habe ein Fass. Ich habe einen Fass. Ich habe ihn mit den Augenhöchst. Ich habe einen Fass. Ich habe ihn mit den Augenhöch zu sehen. Mein Vater. Was sollen sie jetzt tun? Sie müssen schnell gehen. Ich werde sie helfen. Ja, ich werde sie auch. Nein, mein Freund. Sie haben andere, die Sie brauchen. Die guten Leute. Ich bin sorry, aber wir müssen... Wir müssen packen und gehen. Oh Mann, oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Ich habe das Pferd. Ich habe das Pferd. Das ist doch nicht das richtige Transportmittel. Gib Megel einmal rum. Ja, also brauche ich noch einmal bitte. Das ist nicht scha- das ist überhaupt niemanden weg, herrn an. Oh ne, warte mal, sind das die? Die, die Deutschen, die wir da mal kennengelernt haben. Habe ich mir gerade gedacht. Jetzt, bleib halt einmal irgendwo sitzen. Wieso rennst du davon? Wir haben denen geholfen, die helfen uns. Passt doch. Geht's wieder, ja? Oh man. Was sagt die Karte jetzt? Nein, ein anderes Boxen war okay. Datsch. Na warte. Na warte. Na warte. Du stellst dich an, meine Fresse. Na warte. Na warte. Gib doch. Datsch. Na warte. Habe ich das irgendwo mal gen gelernt habe, oder? Na warte. 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 Eh. Sollten wir gleich da sein. Wow, schlankt das Wetter aber auch schnell um, sind wir in die Niederlande oder was? Dutch mit seinem Plan. Hey, wir haben neue Bärenart. Rehungbeere. Ist da noch mehr? Ne, war wohl die einzige. Das sind nämlich andere. Ist er wirklich der einzige? Ah, Thymian. Gut zum Kochen. Dann kriege ich Hunger wieder an das Ding. Und. 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 So now they are not back, finally, he lost. Rennen sie sich selbst. Ich denke, Marybeth hat sie auch. So geht's. Sie sind verdammt. Arthur, verdammt. All die Zeit wir haben. Ich denke, sie wollen nicht sterben, Dutch. Niemand wird... Das ist eine schwierige Zeit. Und du bist nicht so gut. Aber wir... Unsere Gemeinschaft? Wir werden überleben. Sie werden uns nicht sterben. Ich hoffe. Aber... Wenn wir Jack und die Frauen frei sind, dann vielleicht können wir... Es gibt keine Freiheit für niemanden in diesem Land. Keine mehr, Arthur. Ein weiteres, großartig. Wir haben genug Geld, um zu verlassen. All diese... Wir haben genug. Wir haben genug. Ich weiß nicht, was du sagst, Dutch, aber es scheint, wie ich es schon gehört habe. Ein weiteres. Und immer noch ein verdammt. Arthur! Das ist anders. Wir wissen. Das ist voll von Geld. Arme, Geld, Geld, für die Brücke, die du geholfen hast. Das ist alles zu planen. Wir verabschieden. Wir verabschieden, Uncle Sam. Und wir verabschieden. Wir verabschieden. Was denkst du? Es ist wunderbar. Ja, ja. Ich habe nichts zu verlieren. Aber... Sie wissen, die Frauen und die Kinder. Und John und seine Familie. Ich bin Angst, dass ich mich aufzunehmen. Ich meine, wir müssen sie gehen. Denn wenn die Pinkertons wiederholfen werden, dann werden sie alle töten. John? Insist? Ja. Insist. Natürlich, Mann. Whatever du... denkst, ist es besser. Ich werde... sehen Sie zu. Jetzt. Wir werden einen trainieren? Ich habe so eine Ahnung, was passieren wird. Die werden uns zurücklassen. Wir sind sowieso mehr oder weniger tot. Wir sind sowieso mehr oder weniger tot. Und das so hinstellen, als wären wir. Idealerweise wir wären Dutch. Weil dann glauben sie, oh, sie haben Dutch gefangen und dann ist das alles vorbei. Und die können in Ruhe abhauen. Können wir nicht zu Fuß gehen? In vollen Säcke. Ja. Diese Werte, diese Werte. Ich habe keine Lust, irgendwie einen Kerl zu müssen. Und das ist... In einer Stunde. Wir befinden einen trainieren in der Mitte einer Stadt? Nein. Es wird da, da, nehmen die Werte, nehmen die Werte, geben die Leute nach Hause, und dann geht es raus. Sie wissen, die Brücke ist weg, Blacklung. Es wird ein Patrol nach Annisburg, nach dem Wasser zu holen, um Geld zu holen. Wir sprechen und dann haben wir eine kurze Zeit, um den trainieren, bevor es die Patrol zu holen. Oh, nein. John, du gehst den Dynamite. Wir treffen uns aus dem Sandinie. Ich gehe mit ihnen. Als du möchtest. Komm schon. Es ist hier. Ich schraubte die Werte hier nachdem wir die Brücke Das ist eine große, verdammelige Gruppe von uns zu fahren in Sandinie. Ja. Ich habe gehört, die Pinkertons haben übergebracht, Van Horn. Ich habe eine ganze Menge von Männer in da. Ich denke, sie werden schnell inbauen. Scheiße. Das Ende kommt. Das kann man richtig spüren. Das kann man richtig Da ist es. Da ist es. Das ist alles, ja. Ich habe sie aus dem Dynamite. Ich habe es. Nein, ich kann es. Ich kann es. Ich bin gut. Okay. Es ist in der, Atme. Das ist alles, ja? Ja, das ist alles, ja, das ist alles, ja? Well, maybe all of this will still mean something. Tilly and Susan, too. I'll do whatever it takes. You've always had my back, Arthur. Oh, perhaps not always. Anyway, here we go. One last train, Arthur. One last train. What does Dutch do here? Oh, that's it. Off we go. Off we go, indeed. One last time, gentlemen. I got us a riverboat. We'll head up to New York or Chicago and get a real boat from there out to the tropics. Gut, Freunde. Das war's aber wieder für diesen Part. Ich bedanke mich wieder für's Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.